Yo Leute, Freitag um 4 Uhr wird es einen 6-Stunden-Stream geben auf Twitch. Ist verlinkt, würde mich mega freuen, wenn ihr einschaltet. Und dann bis hoffentlich Freitag. L'Ombrés, Mamo Gamma Fo, L'Ombré Espanol, Nisagutokomu, Yes, Das, Das. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde di Molia 1v1. Vielleicht kriege ich den Alex... Oder? Ja, ist ein Alex... Ja, gut, also, ähm, by the way, ähm... Ach, fuck, der hat Water-Placed. Genius. Ähm, ich hoffe, dass ihr es feiert, dass ich jetzt wieder Videos bringe. Vielleicht unter Umständen, eventuell, feiert ihr das ja auch. So, next fight, du frisst es mal. Lol. Du weißt, wie man MlG Water macht, ähm... Ja, Diggi, ne, props an dich. Der Poe, der mir keinen Damage macht. Und Timolia ist motiviert. Danke, Diggi. Hallo, danke. Ähm, by the way, ihr könnt mal ultra gerne auf Twitch vorbeischauen. In der Beschreibung verlinkt. Daily Werbung auch schon gemacht. Oh, hier ist jetzt Jeremy Basgal. Die Legende. Ja, ähm... Oh, fuck it. Der ist... Ich weiß nicht, ob der... Ja, gut, der ist vielleicht doch nicht so gut, wie ich dachte gerade. Aber er hat, glaube ich, Pre-Gapped. Ja, er hat Pre-Gapped. Jetzt wird es gefährlich für uns, weil jetzt ist unser Gegner der Todesblitz. Ich weiß, das ist sehr gefährlich. Und ich habe auch sehr Angst vor diesem Namen. Ähm... So, ich glaube, müsste ich aber kriegen. Ja, war schon. Dann Taxifahrer Toni wird jetzt vorerst für heute unser letzter Fight sein. Ähm... Ja, den Taxifahrer Toni sollten wir einigermaßen bekommen können. Easy. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut.etc. Und wir uns morgen um, keine Ahnung, irgendwann halt wiedersehen. Bis dahin. Ciao.